Cool, oder? Alle Schnecken aus dem Garten, die ich auch immer höre. Von den Miststocken hatte es viel, von den Schneckenfallenen mit dem Verfaulten hatte es viel. Und bei den Salaten hatte es leider viel. Ich hoffe, das ist es. Wenn ich es hier in den Rebs schwende, dann sehe ich es nie mehr. Mal schauen, woanders Wasser ist. Uh, ja. Juhu! Ich muss schauen, dass ich hier nicht umgehebe. Es ist sicher schleifrig. So anders wüsste ich es nicht machen. Ich würde es ja loswerden. Schnecken. So geht es. So geht es. Ha, ha! So. So. Untertitelung des ZDF, 2020